hallo hallo hey willkommen in meinem kleinen kurzen video was ich hier für euch gemacht habe denn ich ja wollte euch mal eine kurze info da lassen wieso aktuell keine let's place von mir kommen oder nichts hochgeladen wird das liegt einfach daran dass mein netzbetreiber aktuell akute probleme hat oder ich habe die probleme mit meinem netzbetreiber denn meine upload geschwindigkeit ist völlig in den keller runtergefallen also ich bin jetzt bei irgendwie ein megabyte vielleicht einen halben megabyte die sekunde hin und wieder für ein paar sekunden ist es zwei megabyte also absolut unmöglich irgendwie let's place hochzuladen normalerweise wäre ich bei neun oder zehn megabyte die sekunde dann geht das schon ganz gut aber wenn ich jetzt versuche ein video hochzuladen also von einer länge von 40 30 minuten völlig egal das würde keine ahnung 24 stunden dauern oder länger bis das hochgeladen ist ich bin seit einer woche dran mit dem netzbetreiber dass die das fixen im moment habe ich leider rückmeldung von dem bekommen dass die keine störung finden können ja und ich erwidere natürlich ja doch ich habe hier eine störung ich lade jeden tag videos hoch und ich weiß ganz genau wie schnell mein upload ist und da habt ihr das einfach mal runter gedrosselt und zwar so in den keller dass ich gar nichts mehr machen kann also es geht jetzt so ein bisschen hin und her ich hoffe sehr schnell dass ich das problem lösen kann mit denen dass die mir wieder ein bisschen geschwindigkeit geben und ja ich wollte euch einfach nur mal kurz eine info da lassen damit ihr auf dem laufenden seit was denn da los ist weil ich glaube schon seit einer woche oder so ist kein einziges video hochgeladen worden von mir ärgert mich furchtbar weil ich unheimlich viel spaß daran einen moment habe und dann kommt so ein netzbetreiber und kracht hier mal die leitung weg und dann sagt er da ist nichts ist alles in ordnung könnte natürlich am ende sein dass die von ihrer seite aus das wirklich so sehen dass da alles in ordnung ist und dass das einfach an meiner box liegt dass ich am ende vielleicht eine neue box braucht damit ich den upload wieder voll habe mal abwarten ja ich hoffe es geht bald weiter und vielleicht an dieser stelle möchte ich euch vielen vielen dank sagen für eure ganzen kommentare eure likes dass ihr euch die videos rein zieht die bestimmt nicht so hoch professionell sind aber das motiviert mich immer das macht super viel spaß wenn auch ihr irgendwas da rein knallt in die kommentare ich nehme das immer gerne entgegen und antworte auch weil es unheimlich cool ist von euch und das motiviert mich jeden tag in der regel weiter zu machen vielen vielen lieben dank dafür nur dass ich das mal auch ausgesprochen habe und ja ich hoffe wir sehen uns bald in den nächsten folgen bis dann tschüss tschüss